NDR 2 präsentiert Frise 1 an alle! Hier spricht Oma Rosi. So, was war's hier mal? Ja, lass ja aus Schneebedingfraut. Oma Rosi, die Ferien waren so geil. Hast du einen Motivationstipp zum Schulanfang? Ah, Schulanfang. Leute, das ist das Beste. Einfach mal Neuanfang. Verstand auf Werkseinstellung. Einfach mal auf Reset drücken. Das Heft eures Liebens kriegt noch mal ganz neue, leere Seiten. Und das schreibt ihr rein mit Schönschrift. Und mit neuen Stiften, wo noch nicht die Deckel abgekaut sind. Die dann noch richtig drinnen sitzen in der Federtasche. Nach Regenbogenform geordnet. In diesen Gummizuglaschen. Die noch nicht ausgeleiert sind. Weil du da noch nicht, wo der Hellblau reingehört, einen drittstiftfrei gequetscht hast. Oder einen dicken Textmarker. Neue Lust auf Sauberkeit. Im Klassenbuch gibt's noch keine Einträge. Und was letztes Jahr war, Schwamm drüber. Auch über die Sache mit dem Schwamm. Im Ranzen ein Radiergummi, wo nix abgebrochen ist. Geodreieck mit allen Ecken, allen Strichen. Und nicht schon so Milchen. Doch klebt keine Leverwurststulle in eurem dirke Weltatlas zwischen Korea und Kanada. Jedes Jahr ne neue Chance, auch Oma wieder anzugreifen. Das haben sonst nur noch Werder Bremen und der HSV. Also geht da jetzt raus nächste Woche und pflückt den Tag. Aber Oma, Lasse kommt aus Schneewerdingen und da läuft schon seit über vier Wochen wieder Schule. Achso, nee. Äh, dann ist ja alles schon wieder für den Arsch. Also ihr draußen, lass euch nicht erwischen. Oma, das kannst du so doch nicht sagen. Nein. Uwe, das war's fast.